Die Aussicht ist wunderbar, eine schöne Aussicht gibt es gar nicht. Der Vorteil von dem Kran ist, dass man auf kleinsten Raum die selbe Anlage stellen kann wie sonst und man hat die ganze Auslegermontage, dafür braucht man nicht extra abholzen. Das sind Riesenvorteile und dass einem der Höhe noch so stark ist. Wir haben 165 Meter Hakenhöhe und haben 31,50 Meter Ausleger und können hier oben bei 165 Meter 100 Tonnen noch heben, auf vier Strang eingeschert. Wir gehen davon aus, dass wir meistens anderthalb bis zwei Wochen Kranaufbau mit Klettern und allem drum und dran und dann Anlage haben wir auch noch mal so drei Wochen sowas. Hallo! Halt es gut! Musik 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 Stopp! Kleinseilauf! Don't feel so.